Musik Heute sprechen wir mit Wolfram Kriesing von Uxebu über JavaScript Tools. Er wird uns jetzt einige Punkte von seinem JavaScript Day Vortrag demonstrieren. Ich habe im Prinzip gezeigt, was JavaScript bietet, dass JavaScript eine professionelle Programmiersprache ist, dass wir mit Test-Driven Development bis hin zu Continuous Integration zeigen können, dass mit JavaScript professionelle Entwicklung möglich ist und wirklich Softwareprojekte gestemmt werden, die nicht nur Formvalidierung sind, bis hin zum wirklich Reinschauen in den Browser, Debuggen, Inspekten von Zeit-Issues insofern, dass man halt wirklich sieht, was Rendering-Zeit bedeutet, was wirklich an Script-Aufwand im Browser abläuft, um halt einfach die ganze Palette der JavaScript-Entwicklung einfach mal anzureißen, was natürlich in einer Viertelstunde ziemlich rough denn ist. Aber ich hoffe, es hat wenigstens einen Überblick gegeben, wo wir halt sehen, dass JavaScript eine professionelle Programmiersprache ist, was es ja auch sein muss, einfach da viele und immer mehr Anwendungen, ob mobil oder im Web, einfach darauf aufsetzen. Herzlichen Dank! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.